und hier haben wir in den übeltäter diesen kleinen stein der hier auf der motorhaube gelandet ist und was passiert dann typisch steinschlag kennen wir alle schon habt ihr hier keine schöne lackoberfläche mehr euer lieblingslack hier komplett von der motorhaube entfernt ihr schaut schon die grundierung raus absolut unschön und extrem ärgerlich und jetzt ist die frage zum lackierer fahren per smart repair oder vielleicht den ganzen teilbereich neu lackieren lassen wenn jedoch mehrere steinschläge drauf sind wir schauen uns heute mal das thema steinschlag reparatur an und was könnt ihr hier im hobby pflegebereich zu hause versuchen um diesen steinschlag wieder wenigstens etwas aufzuhübschen bzw dass das wieder etwas besser aussieht und deswegen schauen wir uns heute mal ein kleines werkzeug an was euch hier bei dieser aktion gut helfen kann viel spaß und hier haben wir mal unsere kleine beschädigung der steinschlag ungefähr eine länge von drei bis vier millimeter breit ungefähr ein bis maximal zwei millimeter aber sieht man auf jeden fall richtig stark es fällt einfach unheimlich auf auf dem weißen fahrzeuglack und hier mal etwas aus der nähe dann sehen wir auch hier schön wie der weiße metalliklack entfernt wurde und die grundierung schon rausschaut und den versuchen heute mal wieder hübsch zu machen und hier seht ihr auch noch mal die größenrelation hier am kühler kritisiert emblem und hier oben habt ihr den steinschlag und er fällt schon richtig auf deswegen lasst uns jetzt direkt loslegen und hier seht ihr mal unser equipment fangen wir hier drüben an ihr braucht erstmal einen lackreiniger da habe ich hier von liquid molly den silikon und wachsentferner im einsatz damit reinigt ihr sozusagen noch mal die lackfläche vor und auch noch mal den steinschlag selber im anschluss schauen wir uns das alles in ruhe an dann haben wir verschiedene schleifblüten auch den einsatz zeigen euch gleich im anschluss um hier den steinschlag etwas anzuschleifen kanten zu brechen gibt es gleich noch mal hier das tutorial und dann kommen wir hier zu dem bereich der nicht immer von nöten ist aber ich sage es trotzdem dazu wir haben hier verschiedene skalpell klingen weil es kann sich auch nach einer zeit hier auf diesen ungeschützten oberflächen dann auch korrosion beziehungsweise rost ausbilden und den müssten wir dann erst hier in diesem kleinen klingen wieder raus kratzen wir schauen uns das dann mal an ob es hier an der stelle nötig ist dann kommen wir hier zum werkzeug mit dem wir dann unseren lack wieder sozusagen auffüllen haben wir einmal hier die pinsel variante und wir zeigen euch heute aber mal den fruit writer pen mit dem kann man diese farbe ganz fein im steinschlag verteilen und das ganze wieder schön machen im anschluss werden dann die ganzen überschüssigen und angeschliffenen lackbereiche wieder mit der menzerna 400 entfernt ihr könnt aber auch eine andere politon in einsatz nehmen noch zubehör mikrofasertuch noch hier oben diese wattestäbchen um den silikonentferner noch gleichmäßig und punktuell besser zu verteilen und das ist erstmal das ganze equipment natürlich braucht ihr noch eure lackfarbe die haben wir jetzt nicht mit hingestellt weil das ist ja bei jedem unterschiedlich jeder hat eine andere lackfarbe schwarz weiß und dann gibt es ja noch unendlich viele verschiedene möglichkeiten aber die zählt natürlich auch dann hier zum gesamten set dazu und dann kann es direkt losgehen ich habe mir schon meine chirurgen handschuhe geschnappt weil ihr dürft ihr nicht die fettfinger auf die lackoberfläche drauf bringen das muss alles sehr steril quatsch natürlich muss es richtig fettfrei sein fingerabdrücke und alles der lack den wir dann hier in den kleinen steinschlag aufbringen soll ja auch richtig schön halten und es soll wieder super aussehen deswegen hier auf jeden fall schutzhandschuhe anziehen und dann beginnen wir mit dem schritt eins ich nehme jetzt hier von liquid moli den wachs und silikonentferner und natürlich ganz logisch die fläche vorher noch mal richtig reinigen also insektenreste entfernen auch komplett hier alles an schmutz runter waschen dass sie nur noch hier die saubere lackoberfläche habt und euren kleinen steinschlag nehme ich mir ein mikrofasertuch und geben hier etwas von der reinigungs milch drauf braucht ihr auch nicht viel die fläche ist ja nicht groß und dann erst mal wirklich nur den kleinen bereich richtig reinigen und damit entfernt ihr die letzten wachsreste shampoo reste fingerabdrücke alles was halt einfach nicht zwischen lack und grundierung gehört hier in dem steinschlag dann mit einer frischen mikrofasertuchseite noch mal nach polieren und dann ist die vorreinigung soweit abgeschlossen schritt nummer zwei er schaut euch genau euren steinschlag noch mal in ruhe an ist hier korrosion drin ist hier rost drin wenn ja dann müsst ihr mit einem kleinen skalpell hier diesen bereich etwas aufkratzen und auch die ränder etwas reinigen hier bei mir das sieht eigentlich schon ganz gut aus hier haben wir den reinen lack weil der steinschlag ist noch nicht so alt und da haben wir auch noch keinen rost oder korrosion drin und darum brauche ich den schritt nicht mit durchführen und dieser schritt ist auch extrem wichtig ich habe jetzt hier ein 2000er schleifpapier und jetzt müssen wir erst mal die kanten hier von diesem steinschlag brechen es bringt euch nichts hier die farbe schon aufzutragen weil ihr einfach viel zu scharfe kanten habt ihr habt richtig ungleichmäßige übergänge hier von weißer lackschicht runter zur grundierung und diese kanten müssen wir einfach richtig brechen indem wir diese sehr sehr spitzen winkel einfach weiter abflachen und das mache ich jetzt genau hier mit diesem kleinen stempel dazu einmal in die richtung und einmal hier in die richtung polieren dann merkt ihr schon wie diese kanten immer flacher werden und ihr braucht ihr nicht übermäßig stark aufdrücken wirklich nur ein paar mal von links nach rechts und ein paar mal von oben nach unten und das wird jetzt hier leicht angeschliffen ihr seht es auch hier wird leicht mattiert und geht noch mal vorsichtig mit dem finger drüber dann merkt ihr schon wie diese kleinen kanten dann immer flacher werden und damit ebnet ihr sozusagen die kanten und das ist mit einer der wichtigsten schritte also direkt farbe auftragen ist absoluter unsinn und hier muss man einfach etwas nach gefühl arbeiten und schauen sind die kanten dann ausreichend gebrochen das reicht auf jeden fall völlig aus jetzt sehen wir auch die kleinen schleifspuren im anschluss reinigt ihr die stelle nochmal weil ihr habt jetzt hier so kleine schleifpartikel und dazu einfach noch mal hier ein kleiner punkt drauf und die fläche noch mal ausreichend reinigen das merkt ihr dann auch dass die kanten hier gebrochen sind und das ist ein ganz ganz wichtiger schritt und dann reibe ich auch noch mal hier mit dem wattestäbchen direkt im steinschlag und schaue ob hier irgendwas noch an schmutz rausgeht ihr seht vielleicht etwas unscharf aber ich denke mal ihr könnt diesen kleinen grauen punkt erkennen also ihr habt immer noch kleine partikel die heraus lösen müsst ihr könnt euch ja auch noch mal etwas reiniger auf das stäbchen drauf machen und dann gleichmäßig hier drüber gehen damit das auch alles gereinigt ist und gut haften kann und hier haben wir jetzt den fluid pen hier oben habt ihr den kleinen vorrats behälter hier füllt ihr eure farbe ein je nachdem was ihr da für eine lackfarbe habt das muss auf jeden fall der passende lack sein achtet darauf und hier vorne habt ihr die kleine spitze und mit der könnt ihr dann diesen steinschlag hier leicht auffüllen und es findet hier eine ganz ganz feine dosierung statt und das ist wirklich der vorteil dass ihr hier wirklich ganz vorsichtig arbeiten könnt und dann den lack hier reintupfen könnt schauen wir uns gleich aus der nähe an mehr gibt es eigentlich hier zu diesem kleinen teil nicht zu sagen ihr bekommt hier noch ein kleines reinigungswerkzeug dazu das schauen wir uns aber im anschluss an und jetzt geht es erstmal hier an den steinschlag und dann geht ihr hier mit dem fluid pen und eurer passenden lackfarbe auf den steinschlag und dann kommt von ganz vorsichtig die farbe raus und die tupft ihr jetzt gleichmäßig hier in eurem steinschlag breit das braucht ein bisschen gefühl ein bisschen konzentration da muss man wirklich genau hinschauen deswegen rede ich jetzt auch nicht so viel weil man muss sich wirklich ein bisschen konzentrieren genau alle kanten abfahren und hier immer diesen tupfenden bewegungen gleichmäßig alles ausfüllen und umso mehr ihr hier tupft umso mehr verteilt ihr dann auch auf der fläche und ihr könnt ruhig etwas an überschuss drauf bringen weil wir werden das ja im anschluss nochmal schleifen damit das eben ist es bringt euch nichts wenn ihr hier dieses kleine in anführungsstrichen loch nur bemalt innen denn der lack muss auch hoch genug sein dass es am ende nach dem schleifen wieder eine klarte oberfläche gibt und ich denke mal das sollte auf jeden fall ausreichen ja das sieht gut aus lassen wir erstmal so ihr seht jetzt hier der lack ist etwas heller als der originallack das liegt aber daran dass sie jetzt noch lösemittel enthalten sie müssen erstmal ausgasen das muss hier aushärten und dann schleifen wir nochmal drüber wenn ihr den fluid pen jetzt nicht mehr benötigt dann sofort damit hier in nitroverdünnung damit sich dieser lack hier nicht in diesem kleinen vorratsbehälter ja aushärtet und auch hier vorne nicht in der spitze deswegen stellt ihr das erstmal vorsichtig hier rein für die zeit und könnt dann in ruhe weiter am fahrzeug arbeiten und am ende könnt ihr das dann noch reinigen in der zeit schauen wir uns noch ein kleines anderes nettes gimmick an das bekommt ihr hier zu dem fluid pen dazu hier oben die schwarze kappe abziehen und dann habt ihr diese kleine spitze und ihr seht das war auch schon mal in benutzung hier vorne habt ihr eine ganz ganz feine spitze mit der könnt ihr dann vorne in das kleine loch bei der kleinen kanüle sozusagen reinstechen falls sich da irgendwie der lack abgesetzt hat ich kann es euch mal kurz zeigen dann könnt ihr hier vorne in diese kleine spitze rein und auch den kleinen bereich von lack befreien oder auch angehärteten lack hier wieder rausschieben weil das kann durchaus mal passieren dafür ist halt dieses kleine tool hier gedacht so die farbe konnte jetzt in ruhe aushärten wir haben noch zusätzlich hier einen infrarot strahler benutzt da müsst ihr immer schauen was dann bei eurem lack hier für eine angabe ist manche brauchen zehn minuten manche eine viertelstunde manche mehrere stunden da müsst ihr immer genau nachschauen deswegen kann ich euch jetzt hier keinen referenzwert geben für euren lack schaut da einfach genau beim hersteller nach es sieht jetzt auf jeden fall schon mal wesentlich besser aus wir sehen hier noch diese leichte abdunklung aber ich bin mal gespannt ich werde jetzt hier das ganze nochmal komplett überpolieren und über den gesamten angeschliffenen bereich hiervon gehe ich nochmal mit der menzerna compound 400 drüber und versuche jetzt hier das ganze wirklich auf hochglanz zu polieren kurz auftupfen und dann stufe eins verteilen und dann poliert das hier mit stufe sechs aus und hiervon haben wir ihn auch nochmal ich denke mal ganz ganz leicht noch zu erahnen wir sind jetzt ungefähr einem abstand von was sind das 20 zentimetern und da ist er wirklich nur so ein ganz ganz blasser punkt das ist auf jeden fall schön geworden wir gehen auch noch mal ein stück weiter zurück ich rolle mal hier gemeinsam mit euch auf einen halben meter entfernung ich stelle nochmal scharf also ja steinschlag ich kann jetzt schon keinen hier mehr erkennen auch von meiner entfernung ist nichts mehr zu sehen ich gehe auch noch mal weiter zurück jetzt sind wir ungefähr einen meter weg ohne ranzoomen natürlich nochmal scharf stellen schärfe liegt ja nichts mehr zu sehen und hier nochmal der vorherzustand das räumt nebenbei noch ein bisschen auf und ja ist super geworden es muss auf jeden fall in ruhe ablüften schaut da wie gesagt nach wie lange das bei euch aushärten muss und dann kann sich das wieder sehen lassen also auf jeden fall besser als vorher hier aus der entfernung schon nichts mehr zu erkennen schönes ergebnis und damit haben wir diesen kleinen steinschlagpunkt hier vorne sehr gut wieder abgedeckt mit dem lack sieht gut aus auf jeden fall besser als vorher ihr habt hier diesen unschönen dunklen fleck beseitigt und ja diese kleinen steine fliegen halt überall umher auf der autobahn vor allem wenn ihr dicht auffahrt oder euch kommt ein fahrzeug entgegen selbst das reicht schon lässt sich einfach nicht vermeiden und das ist halt einfach die möglichkeit für euch als hobby pflege enthusiasten den einen oder anderen steinschlag hier zu beseitigen und um das für euch nochmal kurz zusammenzufassen die lackfläche grob säubern natürlich waschen zwar einmal waschmethode was auch immer je nachdem welche methode ihr da anwendet dann hier mit einem lackreiniger vorarbeiten dann schauen ist noch rost oder korrosion in diesem steinschlag enthalten den mit einem kleinen skalpell oder mit so einer kleinen klinge wirklich komplett entfernen etwas abritzen das funktioniert eigentlich ganz gut können wir euch in zukunft nochmal zeigen und dann nochmal reinigen im anschluss dann mit dem fluid pen und eurer speziellen lackfarbe die für euer fahrzeug ist das leicht hier austupfen das braucht wirklich etwas übung wenn ihr merkt das hat beim ersten mal nicht funktioniert dann einfach nochmal mit einem lösemittel da drüber gehen und das nochmal entfernen und noch einen zweiten versuch starten es muss nicht sofort beim ersten versuch gelingen ist aber auch kein problem man kann den lack wieder schnell entfernen zum beispiel hier mit dem kochschimi eulex den habe ich extra noch mit hingelegt weil damit könnt ihr auch den fluid pen sehr sehr gut reinigen im anschluss habe ich nochmal mit der menzerna 400 once der politur das ganze wirklich auspoliert ich habe es ja vorher nochmal angeschliffen und das hat am ende wirklich ein schönes bild gezeigt also hat super funktioniert hier mit dieser methode und damit ist der steinschlag jetzt sozusagen entfernt oder mit lack überdeckt keine korrosion kein rost mehr an dieser stelle sieht auf jeden fall auch wieder besser aus und jetzt ist natürlich die frage wie kann man den steinschläge überhaupt verhindern und da gibt es verschiedene möglichkeiten es gibt sogenannte steinschlagschutzfolien die haben eine sehr hohe dicke bis zu 180 µ und die kann man sich hier von einem folierer von auf die fläche drauf machen lassen ist wieder alles geschmackssache der eine findet es gut der andere nicht ist aber auf jeden fall eine möglichkeit um hier vor allem die fahrzeugfront vor steinschlägen zu schützen zweite sache die ihr dann in einsatz nehmen könnt sind sogenannte hauben bras die schauen wir uns jetzt mal an und hier vorne seht ihr nochmal so einen sogenannten hauben bra wird von vielen eingesetzt vor allem die mit ihrem frisch polierten fahrzeug hier zu einem tuning treffen fahren vielleicht auch länger autobahn strecken fahren müssen und wenn da hier beim show in shine irgendwo ein steinschlag drauf kommt dann ist das super ärgerlich und dann nutzen halt auch viele teilnehmer bei so einem wettbewerb auch so ein hauben bra haben wir auch in der community nochmal grüße an die die hier beim community treffen waren und auch so ein ja bra auf ihrem fahrzeug drauf hatten kann man einsetzen muss man nicht ist einfach noch eine weitere möglichkeit und mit so einem hilfsmittel wird euch wenigstens hier von der oberbereich der motorhaube geschützt so die ersten 25 bis maximal 40 cm je nach größe gibt es auch wieder verschiedene ausführungen wir wollten es euch einfach mal zeigen damit ihr mal wisst dass sowas überhaupt existiert und ihr mal das ganze hier zu sehen bekommt und das sind so hier wirklich die effektivsten möglichkeiten sich von einem steinschlag zu schützen außer ihr lasst euer fahrzeug das ganze hier in der garage stehen dann kommt auch kein steinschlag dann noch zusätzlich diese steinschlag schutzfolie weil zum beispiel keramikversiegelung denen ja auch immer so eine unheimlich hohe härte nachgesagt wird hier 8h 9h oder was auch immer die werden euch keinen steinschlag hier von der fahrzeugüberfläche fernhalten weil die mit so einer hohen geschwindigkeit angeflogen kommen die steine und die aufprallgeschwindigkeit ist hoch dann entsteht wirklich eine extreme hitze bei diesem kurzen auftreffen und das zerstört euch einfach den lack und schlägt auch locker durch die keramik durch also wer sich jetzt hier eine keramikversiegelung drauf macht und dann sagt ich bekomme dadurch keine steinschläge mehr das wird nicht ohne weiteres funktionieren und jetzt bin ich wirklich hier am ende des videos angekommen ich hoffe wir konnten euch weiterhelfen und ihr habt hier etwas gelernt bei der ganzen sache wenn ihr fragen habt schreibt sie unten in die kommentare rein es gibt auch noch andere möglichkeiten hier steinschläge zu entfernen die können wir uns in zukunft auch vielleicht nochmal anschauen und wir sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao